100 Tage, 100 Songs Hey lieben, herzlich willkommen zu 100 Tage, 100 Songs. Heute spiele ich Korridor von Neuser. Kann von Bedeutung sein, was noch keiner kennt. Kann wichtig sein, was man vergisst. Ich kann den Gedanken nicht fassen, von dem ich dachte, dass er richtig ist. Und wieder dieser stechende Ton in der Farbe deiner Augen. Der Funken lächelnd, der in deinen Tränen strahlt. Und wir stehen hier auf dünnem Eis. Das weiter zu schmelzen scheint, bevor ich es weiß, bevor ich es weiß. Was ich dir schon immer sagen wollte, wie ich es schon immer sagen wollte. Und warum? Eigentlich warum? Geh durch den Korridor und such dir eine Tür aus. Dir steht alles offen, es ist so leicht. Himmelweit, offener Korridor. Eine Pause, eine leise Unterbrechung. Eine unsichtbare Lücke inmitten von Leerzeichen. Auf einem Blatt Papier. Und wieder dieser alles zerbärstende Ton. In den Worten, die aus deinem Mund kommen. Die alles verätzen und sie bohren und bohren und bohren sich ins dünne Eis. Das zu zerbrechen scheint, bevor es uns in die Tiefe reißt. Bevor ich es weiß. Was ich dir schon immer sagen wollte. Wie ich es schon immer sagen wollte. Geh durch den Korridor und such dir eine Tür aus. Und hier steht alles offen, es ist so leicht. Himmelweit, offener Korridor. Ein Schauspiel ohne Ton. Dieser Moment stirbt stumm. In einem ausverkauften Stadion. Und wir wissen nicht warum. Geh durch den Korridor und such dir eine Tür aus. Und hier steht alles offen. Es ist so leicht. Geh durch den Korridor und such dir eine Tür aus. Und hier steht alles offen. Und hier steht alles offen. Himmelweit, offener Korridor. Geh durch den Korridor. Amen.